Im östlichen Mittelmeer sucht ein türkisches Forschungsschiff nach Erdgas. Die Türkei würde mit Griechenland zusammenarbeiten. Griechenland lehnt jedoch ab. Auf dieser Karte sieht man, wo das türkische Schiff seit Monaten unterwegs ist. Dieses Forschungsschiff führte zu einer Krise zwischen der Türkei und Griechenland. Die Republik Griechenland entstand 1828 nach einer siebenjährigen Revolution gegen das Osmanische Reich. Großbritannien, Frankreich und Russland hatten den Befreiungskrieg der Griechen damals gegen das türkische Reich unterstützt. Später wurde auch das übrige Reich der Osmanen von den Kolonialnichten besetzt und sollte unter weiteren Helfern aufgeteilt werden. Mustafa Kemal Atatürk hatte diesem Vorhaben mit dem Befreiungskrieg der Türken ein Ende gesetzt. Die Türken befreiten das Osmanische Reich von den Besatzern. 1923 wurden mit dem Vertrag von Lausanne die heutigen Grenzen zu Türkei und Griechenland festgelegt. Es gab aber keine Vereinbarung zu Seegrenzen und den Wirtschaftszonen in der Ägäis und dem Mittelmeer. Bis heute besteht kein Abkommen zwischen den zwei Staaten Türkei und Griechenland zu diesem Thema. Die Türkei versucht seit 2005 mit Griechenland eine Einigung zur Wirtschaftszone in der Ägäis im Dialog zu finden. Bis heute wurden solche Gespräche durch Griechenland abgelehnt. Seit 1982 gibt es aber das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, welche die Breite des Küstenmeeres und seine Anschlusszonen festlegt. Die Staaten dürfen 22,2 Kilometer ab Festland als eigenes Hoheitsgebiet anrechnen. Bis 44,4 Kilometer ab Festland sind dem Staat erlaubt, das Seegebiet zur Verteidigung und Ahndung von Verstößen zu nutzen. Bis 370 Kilometer ab dem eigenen Festland darf ein Staat eine Wirtschaftszone betreiben. Darin kann der angrenzende Küstenstaat in begrenztem Umfang souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse wahrnehmen, insbesondere das alleinige Recht zur wirtschaftlichen Ausbeutung einschließlich des Fischfangs. In dieser Wirtschaftszone kann ein angrenzender Staat auch eine Bohrinsel errichten und wissenschaftliche Meeresforschung betreiben. Auch die Türkei hat Bohrschiffe für die Erforschung von Erdgas gekauft und setzt diese in der Nähe ihrer Küste ein. Hier nochmals die Position des türkischen Forschungsschiffes, was bei Griechenland eine Krise ausgelöst hatte. Warum die Türkei aussieht Griechenlands gegen das Seerecht verstößt, das sehen wir im zweiten Teil.